Wir kommen jetzt zu einem nächsten Highlight. Heute gibt es nur Highlights. Ja, und das gleich zu Beginn. Wir gehen gleich richtig, richtig zur Sache. Jetzt haben wir nämlich einen Import. Er ist ein Londoner Soul-Sänger, der in Wien seine zweite Heimat gefunden hat. Und er macht Musik für gewisse Stunden. Was das für gewisse Stunden sind, das weiß ich jetzt nicht. Aber er ist von Paul McCartney höchstpersönlich auch empfohlen worden. Also, Entschuldigung, Paul McCartney, er will ihn. Ja, genau. Und nicht nur das, er hat nämlich bei seinem ersten Soul-Konzert von Luther Vandross, da hat es ihm sozusagen den Kropf verdreht und hat seine Musik, seinen Weg zur Musik gefunden, schon in jungen Jahren. Er performt heute als Gentleman of Soul Lieder seiner Vorbilder Barry White, Lionel Richie oder natürlich auch Luther Vandross, von meist ausverkauften Häusern. Meine Damen und Herren, sein neues Single, It's All About Love, steht ganz in Tradition seiner großen Soul-Idole und ist doch gleichzeitig 100% eher. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit einem großen Applaus. Hier kommt Jabara! Danke schön. Here we go. It's not the first case, we won't leave a home house. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 im Auftrag des ZDF, 2020 im Auftrag des ZDF, 2020 It's all about love, it's all about the things we do Staying together, feeling, seeing it improve It's all about dreams, but make it all come true It's all about the love of the way that I've been with you All I want is a love that's true Never enjoy the rest of my life with you It's all about love, it's all about the things we do Staying together, feeling, seeing it improve It's all about dreams, but make it all come true It's all about love, it's all about the love of the way that I've been with you It's all about love, it's all about the love of the way that I've been with you It's all about love, it's all about the way that I've been with you Wahl ich die Stimme für gewisse Stunden, ja, bleiben Sie noch bei uns, die gewissen Stunden, die haben noch ein bisschen Zeit.